Einmal hört Ondula, wie ihr Vater zu ihrer Mutter sagt. Gischt genießt seine Macht. Sei du mal ganz still, mein guter Ploppo, antwortet Feuchthara. Du sprichst nur so, weil du Gischts Stellvertreter bist, also höchstens mal was zu sagen hast, wenn er verstorben ist und auch dann nur kurze Zeit. Wärst du, der Obernöck, wärst du sicher genauso scharf auf die Macht wie er. Schon jetzt nimmst du dich viel zu wichtig. Schweig, Weib, donnert Ploppo. Seine drei ältesten Töchter ducken sich vor Schreck. Nur seine jüngste Tochter, die Ondula, legt den Arm um ihre Mutter und drückt ihr ein Küsschen auf die Nase. Warum sie das tut, kann sie nicht erklären, dazu ist sie noch zu klein. Aber die ganze Ploppo-Familie merkt, Ondula, die Kleinste, hat von allen den größten Mut. Sie küsst auch Grünhardt auf die Nasenspitze. Dann trägt er sie huckepack oder fängt mit ihr zusammen kleine Frösche. Sie wundert sich auch nicht über seine Brille. Sie meint, dass diese Brille einfach zu Grünhardt gehört. Sie wünscht sich auch eine Brille, denn sie möchte so aussehen wie er. Grünhardt baut mit ihr kleine Schlammtümpel für Kaulquappen im fünften Teich. Er rührt froschleicht zu einer Suppe oder backt Kuchen mit ihr. Manchmal taucht er auch mit ihr nach besonders schönen Muscheln. Wenn sie ihn dann fragt, warum hab ich keine so schönen Ränder um die Augen wie du, dann antwortet er, weil du kein Sohn von einem Oberwassermann bist. Aber ich mag dich trotzdem. Eines Tages kommt der Oberwassermann des Goffelheimer Sees auf Besuch. Der Goffelheimer See liegt auf der anderen Seite von Grottdorf und soll sehr schön sein. Der Goffelheimer Oberwassermann bringt seinen Sohn mit. Der ist ein oder zwei Jahre älter als Grünhardt. Grünhardt freut sich auf den Besuch, aber Gischt befiehlt ihm streng, sich nicht blicken zu lassen. Ich wollte doch mit ihm spielen, ruft Grünhardt enttäuscht. Im Goffelheimer See, erklärt ihm Gischt, gehen gerade die Masern um. Das ist eine scheußliche und gefährliche Krankheit. Sie tut sehr weh. Und man kann daran sterben. Wenn du mit dem Sohn des Goffelheimer Oberwassermannes spielst, könntest du dich anstecken. Dann hättest du auch die Masern. Das willst du doch nicht, oder?